Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS-17 Aufer-Nordfriesischen Marsch, Vierfach-Map, ohne Gräben, in der Version 1.4 Wir sind noch immer dabei und bringen, äh, säen Felder an Ja, und, ähm, der hat sich hier gerade festgefahren Alles soweit kein, kein Drama Das ist auch somit das, das letzte Feld, was angesehen werden muss Wunderbar, das läuft Da können wir uns mal hier durchsteppen Oha Ja, das können wir uns auch noch Produktion müssen wir machen, das ist klar Ja, der seht hier auch noch das Das Gras fällt an Das sollte dann aber auch bald fertig sein Schön Ja, warum der nicht fährt, weiß kein Mensch Naja, hier fährt er mal dagegen Weiß ich auch nicht warum Egal, macht er schon So Und was wir jetzt machen können Wir fangen jetzt mal einen Kurs ein Mit Hackschnitzel Für, so, Weizen haben wir nicht mehr, Gerst haben wir nicht mehr, Raps haben wir nicht mehr, Sonnenblumen nicht mehr Einmal nicht fassen Kartoffeln Mischration, alles gut Häcksel gut Hackschnitzel Einmal befüllen So, und damit Fahren wir dann gleich einen Kurs ein Hoffentlich einen der Sinn macht Muss mal eben schauen Am besten fahre Gucken wir dann gleich mal Wenn wir so weit sind Was machen unsere anderen Fahrzeuge Der steht da, der steht da Achso, wir waren Genau Wir waren ja auch am Ballen sammeln gleichzeitig Und zwar am Grasballen Hier auf Grasfeld 1 Und wir sind auf Grasfeld 2 Sind wir am Silageballenpressen Ja, ich weiß, ihr habt jetzt schon Eine Woche lang Mich nicht mehr ballen Also, außer jetzt gestern Mich nicht mehr ballen sammeln sehen Aber es sind auch diesmal zum Glück nicht so viele Also Na, ich hatte ja Ich hatte ja über 2000 Strohballen Davon habe ich 1500 gesammelt Während ihr dabei wart Und die anderen, weiß ich nicht 700, 800 Habe ich dann ohne euch gesammelt Weil ich euch das einfach nicht Ich habe eine Woche lang damit gequält Wie ich Ballen sammle Und da muss dann irgendwann auch mal ein Schluss sein Das kann man ja nicht die ganze Zeit so durchziehen Da wird man ja Macht man sich keine Freunde mit, könnte man sagen Aber das Feld hier ist ja schnell leer Das ist ja, da lagen 150 Stück, wie gesagt, drauf Zwei Ladungen haben wir schon weg Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich immer auf eine raufkriege Vorne kriege ich 15 Und hier hinten Also es sind vielleicht Vielleicht noch vier Fahrten oder so, schätze ich Ich weiß es nicht genau Wenn überhaupt Guck mal, es ist ja hier schon fast nichts mehr Meine Fahrzeuge, meine Traktoren Die gehen mir auf den Keks Ne, alles gut Ab und zu mal Das sind ja nun auch Gerade dieses Grasfeld Sieben Was ich umgeflügt habe Das ist ja nun auch ein bisschen speziell Guck mal Jetzt sind doch hier schon Sind wir doch gleich durch Eine Fahrt noch Würde ich behaupten Ja, die ist nicht mal voll Aber erst mal Kümmer ich mich um den Wario Dieser hat ja durchdrehende Reifen Ich weiß nicht, wo er jetzt hin muss Was er vorhat Jetzt versucht er wieder im Kreis zu fahren Hm, komisch Kommen wir uns mal selber drum Keine Ahnung, ob das Sinn macht Wir gucken mal Wir gucken mal Die falsche Richtung Wahrscheinlich So, und weiter geht's Ah, der Hof hier Der Hof hier, den wir haben Der ist schon nicht klein Der hat schon richtig Ja, der macht schon einiges Wir haben schon einen recht großen Fuhrpark Was mich noch ein bisschen ärgert Ich habe ja die Ballenlager hier modifiziert Habe ich ja auch ein Video zugepostet Wie man das macht Dass das im Multiplayer nicht funktioniert Da muss ich jetzt nochmal gucken Es gibt jetzt eine neue Version vom Skript Da würde ich mich jetzt die Tage mal ransetzen Und gucken, ob das dann damit funktioniert Mal sehen Da lasse ich mich dann mal überraschen Der Onimo kann schon wieder durchdrehen Der Reifen Ja Auch alles gut Kommt letzte Runde hier Dann sollten wir damit aber auch echt durch sein Ich doch kaum noch was Dann auf Feld 2 Grasfeld 2 Die Silageballen fertig sind Dann können wir die auch noch sammeln Ich denke mal, das wird von der Anzahl her ähnlich sein Nein, da läuft ja der Big M direkt mit der Ultima hinten dran Guck mal hier Das ist nicht mal mehr eine komplette Ladung Können wir dann auch noch direkt rüber fahren Und schon die ersten Silageballen mitnehmen Das schadet nicht Guckt Schon haben wir das Feld leer Super So, jetzt fahren wir hier einmal quer durch In der Hoffnung, nicht gegen einen Baum zu fahren Und holen Silageballen ab Und gleich hänge ich dann einfach hier den Sammelwagen Mit Follow Me dahinter Und lass einfach die anderen Ballen mit aufsammeln Das kann ja nicht so schwer sein Die Geschwindigkeit ist nicht so riesen hoch Ich kann vor allem eigentlich mal hier dieses hässliche Display schließen Vom Cosplay So Schnell mal alles wegbringen Und auf geht's Ja, mal gucken, ob das Das gestern schon erwähnt Am Montag Dass ich ja Probleme immer mit der Ultima hatte Dass da mein Spielstand nicht geladen werden konnte Dann habe ich dazu ja ein Video veröffentlicht Wie man das fixen kann Sprich, wie man nur eine Datei editieren muss Ohne, dass man jetzt die Ultima erst komplett deaktivieren muss als Mod Und dann wieder aktivieren Und sich dann eine neue kaufen Und dann Das ist ja immer nervig Und ich habe aber ja Eine Datei gefunden im Internet Eine Extension für die Ultima Die man einfach mit einem Modsordner kopiert Und dann soll das wohl nicht mehr passieren Und toi, toi, toi Ich habe das jetzt einmal gehabt, dass die Ultima lief Und ich danach meinen Spielstand trotzdem wieder vernünftig laden konnte Und, äh, ja Wie viele Ballen haben wir jetzt hier eigentlich? 107 Grasballen Ja, 500 Strohballen Weiß ich wohl Und 26 Silageballen Na toll Das klingt doch gut So Jetzt fahren wir mal wieder los Und holen weitere Ballen Ich sammle erstmal noch von Hand auf Und wenn ich alle habe Dann setze ich mich mit Follow-me-Mod hinter Hinter den, äh Hinter den Big M Und lasse ihn dann einfach laufen Na, das interessiert mich da nicht weiter Und dann kann ich gleich Vielleicht schaffen wir es in dieser Folge noch Na, wobei das glaube ich schon fast nicht Dann, äh, holen wir Ähm Fahren wir den Kurs ein Zu den Hackschnitzeln Ich dachte zwar auch Ich hätte da schon mal einen Kurs Aber Scheinbar nicht Scheinbar habe ich dann keinen Der Vorteil ist, dass wir natürlich doch viel schneller sind als der Big M Der ja nun durchs Ballen wickeln hier doch ziemlich eingebremst wird Oder abgebremst wird Aber Das macht ja nichts So, wir haben jetzt den Vorteil, dass wir jetzt nicht Nicht so voll sind Trotzdem muss ich jetzt erstmal hier die Die äußere Runde machen Sonst habe ich nämlich Ja, ich habe nachher das Problem Wenn ich die nicht gleich einsammle Dass er dann wieder über Na, er macht erst die Vorgewände Und wenn er dann die einzelnen Bahnen macht Fährt er natürlich immer genau über die Ballen, die vom Vorgewände da schon liegen Das heißt, man müsste dann das Vorgewände mal erst hinterher machen Das könnte man hier natürlich auch ganz einfach machen Weil ich habe ja Ich bin ja hier nicht darauf angewiesen, dass ich irgendwie einen Drescher Kurs oder so nehme Sondern Ich kann ja ganz einfach den Kurs mehr oder weniger frei bestimmen Dass ich sagen kann, mach mal bitte das Vorgewände hinterher Habe ich aber nicht So, guck mal Jetzt holen wir hier noch ein paar Ballen Zwei Stück noch Bei der nächsten Runde Sammeln wir die Ballen ein, die dann hier liegen Und dann hängen wir uns da schön hinter Das funktioniert wohl Los, weiter So, hier am Hof haben wir Gras und Strohballen eingelagert Für die Kühe Aber Silageballen brauchen wir da eher nicht Das brauche ich immer für die Mischfutterproduktion Deshalb lagere ich das hier oben bei den Schafen ein Bei meinem großen Ballenlager Einfach um kurze Wege zu haben Ich hätte das auch lieber direkt bei der Mischfutterfabrik hingestellt Aber da gibt es irgendwie noch Kollisionen Da kann man das noch nicht platzieren So Letzte Runde Guck mal Langsam füllt sie Das einzige was ich da nicht drin habe Sind Heuball Die werde ich da wahrscheinlich auch nicht so schnell drin haben Schnell alle Ballen sammeln Ja, um den Hof müssen wir uns auch mal Den Hofladen müssen wir uns auch mal wieder kümmern Eigentlich Ein bisschen so viel ist eigentlich So wenig Zeit So viel Arbeit So wenig Zeit So Ja, da braucht ja auch gar nicht mehr so lange hier der Big M Um alles aufzusammeln Der ist ja schon fast fertig Das Feld ist ja dann doch schnell abgeerntet Aber wir haben auf jeden Fall erstmal wieder Ein bisschen Ein bisschen Vorrat Und hier die Produktion Von Mischfutter auch Vernünftig in Gang zu halten Sind da noch Beinen Sind da noch Beinen Nein Sind keine Ja Somit sollte der jetzt eigentlich hier Alleine hinterher fahren Bisher sieht das gut aus Vario 2 hat die Aufgabe erledigt Ja Mensch, guck mal Welchem Affenzahn mit 2 kmh fährt der hier hinterher Muss man nur nachher mal drauf achten Wann der denn voll ist Weil da gibt es ja leider keine Anzeige für So Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt Dass ihr zugeguckt habt Ich hoffe, es hat euch gefallen Ja, wenn ja Hinterlasst mir ein Like Hinterlasst mir ein Kommentar Abonniert mich Ja, würde mich freuen Folgt mir bei Facebook gerne Ja, Friesenjung 13 heiße ich da Ja, würde mich auch freuen Und da kriegt ihr dann immer Infos Wenn ich irgendwie Irgendwas geplant habe Wenn ich ein neues Video veröffentlicht habe Oder plane etwas zu veröffentlichen Ich kündige jetzt nicht alle Videos an Dass da bald was kommt Ich meine, in den normalen Veröffentlichungszeiten wisst ihr ja In der Woche immer morgens um 10 Und am Wochenende und an bestimmten Feiertagen Zusätzlich auch nochmal um 14 Uhr Und Dann haben wir Nein, das kündige ich nicht extra an Aber Wenn ich einen Livestream mache Dann werde ich das ankündigen Oder wenn ich Wenn ich eins von meinen Tipps und Tricks Videos veröffentliche Weil die mache ich ja nicht regelmäßig Die kommen ja nicht jeden Freitag Ich habe das zwar jetzt eine ganze Zeit durchgehalten Drei Wochen zumindest hintereinander Dass ich Freitags immer so ein Video veröffentlicht habe Aber das wird nicht so bleiben Ja, ich muss Ich muss die Zeit haben, die zu veröffentlichen Und ich muss vor allem ein Thema haben Zu dem ich ein Video veröffentlichen kann Und wo ich dann Also was mich auch selber interessiert Weil wenn mich irgendwie ein Thema nicht interessiert Dann Knie ich mich da auch nicht richtig rein Und dann ist das Video nachher nicht so schön Wie man das denn vielleicht gerne hätte Jo Soweit sind wir Jetzt fahren wir zurück zum Hof Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet In diesem Sinne Sag ich dann mal Ciao